Wir spielen das Free-to-Play-Hawken auf der Map Bunker und wir hoffen, dass wir wieder in einem Match, also in einem Team sind. Ja, das hoffe ich doch mal, oder? Ich gehe davon aus. Wir waren es vorhin auch. Wir versuchen uns mit riesigen Mächs gegen die bösen anderen zu knuspen. Also es hat keine Story, das Game. Doch, bestimmt gibt es eine Story irgendwann. Also bei Free-to-Play muss man jetzt nicht eine Story erwarten. Genau, es ist einfach nur Multiplay, gegeneinander, Koop, gegeneinander, Ballern. Ich nehme wieder den, den ich nicht mag, ich nehme ihn trotzdem. Genau, nimm doch mal den, den du nicht magst. Gute Idee. Alle rennen hier zum Schutzfeld vor. Ich stehe, glaube ich, nicht gleich neben dir. Ich hoffe, sie rufst eben wie hoch, kann das sein? Hör auf, wir rumzugatten hier. Was wollen das? Zu begatten. Alle wollen hier richtig da vorne rennen, ne? Die wissen schon, wo sie hin müssen, merkst du das? Das merke ich auch so. Und die anderen Gegner sind auch schon da. Ja, die haben auch schon geschossen hier vor die Nase. Heule. Können die da was ab oder was? Ich kann mich nicht bewegen, warum auch immer. Ja, ich klappte, klemmte irgendwo fest. Klammte? Ich will schießen. Ich will schießen. Und warum kriegt der nichts ab da? Ich schieße auf den die ganze Zeit. Guck mal, ist das Spiel kaputt? Ja, aber warum? Warum schießt du mit einer Waffe, nicht mit beiden? Ich versuche es, overheated, bla bla bla. Tue ich überhaupt, bin ich überhaupt im Spiel, sag mal. Weil bei dem passiert nichts. Halt den nochmal. Was ist denn das gewesen? Der war einfach super stark. Das ist doch albern, was soll das denn sein? Ja, genau. Spiel ist kaputt. Ach man, jetzt kommt. Ja, genau. Witzel, witzel. Oder ist das ein Hologramm? Ja, tatsächlich. Das hatte ich vorhin auch. Das ist geil. Und so eine Reaktion wollen sie nicht haben. Da regst du dich voll immer auf. Ach scheiße, doch schweiß selber Schuld gewesen, Mr. Rao. Ey, Mann. Also dick ging dick, ne? Das wird jetzt wachen oder was? Kannst du nicht machen? Ja, hier. Ich hab dir geholfen. Ich hab dir geholfen. Ich muss mal kurz, äh... Das sieht gar nichts. Nee. Ich brauche mich zusammen hier. 11 zu. Nein, nicht auf mich schießen. Ich hau mal ab. Komm mal. Komm mal. Ach nee, da hockt wieder einer. Wo kommt der denn auf einmal her? Ey. Hallo? Der heilt sich jetzt auch noch, oder was? Soll sich reichen. Soll reichen. Mano. Warum sind die so böse? Ich hab keinen lassen. Autsch. Autsch. Warum hilft mir eigentlich hier keiner? Ich bin ganz alleine gegen die Decken hier. Ach scheiße. Gegen die Decken? Gegen die Decken? Gegen die Decken? Gegen die Decken? Gegen die Decken. Ja, ich hab diese Pyramide da. Ja. Wer ist auch da. Wer ist auch schon dicker. Mit so einer... Guck mal, der ist ganz anders. Da ist ich. Glaube ich. Die stehen alle im Mittelkreis. Ja, 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 genau. Die sind alle rum da. Man muss gar nicht reinspringen. Bin ich sofort rum. Da hab ich das mal gemacht. Leider. War ein Fehler, gebe ich zu. Ich hätte gerne mal ein Gettling gern. Die sind so ein Brummigeres. Ach, das ist ein Rollo. Du bist kein Rollo, das ist merkwürdig. Das ist merkwürdig. Du bist kein Rollo, das ist merkwürdig. Ja. Ah! Ah, das ist sehr gut. Das ist aber... Du bist kein Rollo, okay. Die Rollo sind echt geil. Die schaffen echt was für mich. Das dreht einen total auf, ne? Da steht ein Typ vor allem, ne? Oh, da ist der Weg. Ich meine, die Paketen aber schon nach unten ziehen. Ja, auf dem Boden, ja. schießt ich bin kaputt ja so sehr schick da genau das nicht gerecht doch eigentlich so gut für uns ich sehe nichts ich sehe nichts ach aber ein anderer hat mich auch gleich irgendwie ein alles gut ich kann mich auch gerade ich bin mal gespannt ob ich das durchhalte da sind ein paar dicke dabei und die machen ganz schön genauer ich habe hast du es aber ich hatte gehofft dass es aber naja wir führen mit einem Punkt das hat sich gerade geändert glaube ich ich habe meine raketen drauf gewollt du auch das hat schon geholfen ja wir beide reingeheilen einmal das ist eine heilende Weile da kommt er da kommt er da kommt er das hat quasi nichts gebracht bei mir er ist tot ich habe mir auch einen Schiff machen können das wäre echt hilfreich gewesen ja irgendeiner von meinen steht voll im Weg deswegen kann ich da nicht schießen ah ein overheated und ich heile mich und ich explodiere immer wenn ich mich heile explodiere aber wir haben gut gerissen gerade glaube ich 39 30 31 hat schon was gebracht ja das hat schon was gebracht glaube ich das hat echt was gebracht so wenn die da kämpfen heile ich mich dann die daneben habe ich auch versucht mich hat trotzdem einer anvisiert der blöde Arsch ich habe auch das Gefühl dass wenn man heilt ich habe ihn ich habe den letzten voll drauf wenn man heilt dann dass man am wenig verwundbarer ist ja natürlich natürlich du bist ja schon am Arsch du bist der Maßen am Arsch ja das war so einmal verbeugen macht man ja so in der zivilisierten Welt ich bin noch nicht dran Entschuldigung da hinten war auch witzig da ist der Ruckschung weit vorne oh ja wo man sieht der dicke Roboter hat einen Vorteil also insofern Pay to Win also das naja also ich habe jetzt nur ein paar Punkte richtig du kannst halt mehr ab und du hast halt Raketen so ganz viele die sind scheiße die sind wirklich ganz schnell und so das ist schon also ich will jetzt noch nicht festlegen dass es Pay to Win aber das ist die großen Roboter die teuren die schaffen deutlich mehr ist halt so und tschüss